Du hast vor, lokales Marketing zu machen, weißt aber nicht, wie du da vorgehen sollst und hast doch keinen Bock, die horrenden Preise zu bezahlen, die dir üblicherweise anfallen. Dann pass jetzt genau auf, denn wir werden dir zeigen, wie du lokales Marketing machen kannst, ohne dass es teuer ist. Erstens, herzlich willkommen hier zum Video. Mein Name ist Alex und Marvin ist auch dabei. Jo, hi. Und wir wollen uns heute mal lokales Marketing anschauen. Es gibt so ein paar Grundthemen, die man vom Ansatz her verstehen muss im Marketing. Das erste ist, dass du halt immer eine gewisse Zielgruppe brauchst. Also, es ist dann teuer, wenn du halt viel Streuverlust hast. Leute, wenn du jetzt sagst, du hast in der Zeitung beispielsweise deine Werbung lokal und nicht jeder, der Zeitungsleser hat, ist tatsächlich ein Kunde für dich, dann hast du einfach einen Streuverlust dabei. Ist es normal, dass man einen Streuverlust hat oder sollte nicht zu hoch sein? Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Zeitung nehme, die nur 18- bis 25-Jährige lesen, meine Zielgruppe sind aber 40-Jährige, dann habe ich im Regelfall keinen guten Deal gemacht. Es gibt aber einige Möglichkeiten, wie du gerade da, weil das ist der Hauptpunkt, dass du einfach Werbeplätze da kaufst, wo sie günstig sind, aber trotzdem zielgruppenspezifisch sind, wo du halt bei lokalen Marketing auch einiges machen kannst. Klar, wir können jetzt viel über Online-Marketing reden, das ja auch lokal möglich ist, wo man halt alles super eingrenzen kann, alles super bestimmen kann. Sicherlich der effektivste Weg, keine Frage, aber jetzt geht es gerade um wirkliches Vor-Ort-Marketing. Also, lassen wir das ganze Online-Marketing, was von der Effektivität natürlich nochmal eine Stufe vor dem ist, was wir jetzt zeigen, mal weg. Und bei lokalen Marketing kannst du dir genau überlegen, deine Zielgruppe, gibt es bestimmte Gegenden, wo die wohnen? Gibt es bestimmte Schulen, Kindergärten etc., wo die häufig hingehen? Und dann überleg dir, gibt es da Werbeplakate, gibt es da Werbemöglichkeiten auf dem Weg dahin oder von da weg? Und wenn du da was findest, dann kannst du das zum Beispiel schon nutzen. Beispielsweise könntest du sagen, ich habe da eine Berufsschule, vor der Berufsschule, ich brauche Mitarbeiter, ist einfach eine große Werbetafel. So, sinnvoll wäre es jetzt, wenn du direkt vor der Berufsschule dauerhaft sichtbar bist. Warum? Das koste ich vielleicht mal ein paar tausend Euro im Jahr, ja. Aber für alle Leute, die in der Region ausgelernt werden, bist du dauerhaft sichtbar. Und das ist Sichtbarkeit, die ist schon sehr günstig dann im Verhältnis. Das Gleiche kann sein, da gibt es eine Schule oder zwei, drei Privatschulen, wo halt alle reichen Leute ihre Kinder hinschicken und noch jeden Tag holen und hinbringen und abholen. Und davor gibt es vielleicht auch zwei, drei Werbetafeln. Auf dem Weg dahin gibt es vielleicht zwei, drei Werbetafeln. Da gibt es vielleicht eine Bundesstraße, wo alle Leute durchfahren müssen, die Geld haben. Vielleicht gibt es irgendwie einen großen Arbeitgeber in der Region, wo sehr viele sind, die Geld haben. Ja, oder einen Golfplatz. Oder einen Golfplatz. Wie du Küchen machst oder so. Zum Beispiel, das sind alles Möglichkeiten, wo du Leute abholst, die mehr Geld haben zum Beispiel. Also überleg dir konkret deine Zielgruppe. Du kannst einfach mal, ganz, ganz einfachste Übung. Überleg dir eine Woche im Leben deiner Zielgruppe. So Montagmorgen. Die steht auf. Was macht die? So, die macht sich Frühstück. Dann fährt die hin. Was arbeitet die? Die arbeitet in einer Klinik. Das heißt, die fährt wahrscheinlich, fährt die in eine Praxis oder so. Vielleicht gibt es bei euch eine Gegend, wo viele Praxen sind. Da fährt die hin. Okay, ist auf dem Weg da was, was ihr sehen könnt. Okay, alles klar. Dann fährt die Nachmittag zurück. Aber die abends kocht die nicht, die geht essen. Wohin geht die essen? Auch da gibt es vielleicht eine Gegend in der Stadt, wo die guten Restaurants alles sind. In der Merkstelle gibt es immer wieder Punkte, wo wochenweise Überschneidungen da sein werden. Und an den Stellen zu werben, macht halt sehr viel Sinn. Ja, das Gleiche ist auch jetzt, wenn man das überträgt zum Beispiel auf das, jetzt nicht nur das Marketinglokal für die Neukundengewinnung, sondern auch für das Recruiting kannst du dir zum Beispiel auch überlegen, gibt es vielleicht irgendwo Industriegebiete, wo vielleicht viele Hallen sind oder viele Produktionsstätten sozusagen, wo halt vielleicht auch Leute sind, die auch in deinen Betrieb passen würden. Jetzt vielleicht nicht direkt, aber ja, aus dem Dunstkreis sozusagen dieser Produktionen. Ja, wenn du da einfach bei der Ein- und Ausfahrt zum Beispiel von diesem Industriegebiet sichtbar bist mit einem Plakat, dann kann es das sein, dass sich der ein oder andere dort angesprochen fühlt. Und wenn er keinen Plakat hat, ist, dann stellst du einen Anhänger hin. Ja. Den kannst du zufällig überall hinstellen. Ja, weil das ist halt kein direktes Abwerben so und das ist halt einfach smart. Ja. Also du siehst schon, es gibt da viele Möglichkeiten. Wie gesagt, der Online-Weg ist wahrscheinlich trotzdem der effektivste, weil du da direkt noch die Möglichkeit hast, dass sich Leute direkt melden können. Das ist halt der große Abteil. Ich habe eine coole Anekdote dazu. Ja. Meine Schwester, die ist selbstständig im Bereich Hörgeräte, also auch, sag ich mal, mehr oder weniger handwerklich. Im weitesten Sinne. Im sehr weitesten Sinne. Aber die haben halt auch seit Monaten sozusagen lokales Marketing gemacht mit Flyer verteilen, mit in der Zeitung immer aktiv sein, mit Sachen da verteilen, Flyer verteilen und so weiter. Also viel lokales Marketing gemacht. Und beladen läuft auch gut, aber hat halt alles so nicht zu direkten Anfragen oder so geführt. Und dann haben wir mal, ja, seit zwei Wochen oder so machen wir das jetzt, haben wir quasi mal ganz direkt den Online-Marketing-Kanal sozusagen aufgesetzt. Und seitdem flattert halt eine Anfrage nach der anderen rein. Also da sieht man mal so diesen Unterschied zwischen, ich bin zwar in der Region sehr, sehr präsent, auch mit regionalem Marketing und allem und mit Flyern und mit Zeitungen und allem. Aber dieser Unterschied, wenn dann mal wirklich ganz konkret auf einen, ja, kostenloser Hörtest ist das da in dem Fall. Der Eintragungsmechanismus. Der Eintragungsmechanismus ist das A und O. Also online hast du da so einen krassen Hebel. Die beiden sind auch total verblüfft, weil sie diesen Effekt halt so jetzt so krass sehen, weil ich gesagt habe, wir machen das jetzt mal an und schauen, was passiert. Und sofort kommen halt die Termine reingeflattert und im Vergleich zu, weil sie dachten, sie machen ja schon Werbung und Marketing, ne? Aber dieser Unterschied zwischen lokalem Marketing und Online-Marketing, wo ich einen direkten Eintragungsmechanismus habe, der ist halt wirklich immens. Das ist immer das große Problem, weil selbst wenn du auf dieses Plakat dann QR-Code drauf hast, auf die Website linkt, bis den jemand eingescannt hat, vergeht Zeit. Online bist du eh dran. Ein Klick. Ja. Das ist schon, es ist halt, es wird unterschätzt, ne? Aber du kannst genau die gleiche Zielgruppe, genau mit der gleichen Häufigkeit offline erreichen und trotzdem wirst du weniger Ergebnisse haben, weil du online einfach von der Konversion stärker bist. Ja, so viel dazu. Ja, in dem Sinne würde ich sagen, wenn da was für dich dabei war, Daumen nach oben da lassen und gerne die anderen Videos auch anschauen, weil da erklären wir auch konkrete, wie Online-Marketing dann gezielt funktioniert. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder, würde ich sagen. Bis dann. Jo, bis dann. Ciao.